Patricia Kelly, deshalb muss ihre Tour absagen. Schlechte Nachrichten für die Fans von Patricia Kelly, 53, die Sängerin muss ihre für dieses Jahr angekündigte Umbria-Cable-Tour canceln. Auf Instagram erklärt sie den Grund für die überraschende Absage. Die schwierige wirtschaftliche Situation. Die aktuelle Lage für uns alle, lässt es nicht zu, schreibt Kelly. Nach der Corona-Pandemie sei der Ticketverkauf bei ihr und vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern noch nicht wieder angesprungen. Aufgrund dessen sei eine verantwortungsvolle Durchführung der Tour nicht möglich. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass wir auf Tour gehen können und wäre da nicht diese große finanzielle Verantwortung. Hätte ich auch vor kleinem Publikum gespielt, so Patricia Kelly. Sie entschuldigt sich und habe Verständnis dafür, dass die Verschiebung ihrer Tour bei vielen für Enttäuschung sorge. Ihr habt geplant und euch auf die Konzerte gefreut, eure Reisen geplant und wahrscheinlich dafür auch bereits Geld ausgeben. Das tut mir unsagbar leid. Anführungszeichen. Im kommenden Jahr wolle die Sängerin offenbar einen neuen Versuch wagen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Derzeit arbeitet man Tee mit Hochdruck an der Verlegung und wir werden uns in den nächsten Tagen mit den neuen Terminen bei euch melden, schreibt sie abschließend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017